Die Eiche ist die typische Baumart im Weinviertel. Sie hat mehrere Vorteile. Sie hat ein sehr hartes Holz. Wenn man Eiche in jungen Jahren umschneidet, dann hat sie die Eigenschaft, dass sie wieder Stockausschläge austreibt. Die kann man dann sehr gut verwenden für Brennholz. Ältere Bäume, so Kernwüchse, die aus der Eichel gekeimt sind, die lässt man meistens bis zu 150 Jahre stehen und die verwendet man dann als Nutzholz. Ich bin Manuel Denner und mein Weinviertel ist eine schöne Kulturlandschaft.